ja und damit herzlich willkommen hier zur schon vierten folge hier von pokémon feuerrote edition wir sind hier zuletzt stehen geblieben in oriana city wenn mich nicht alles täuscht und haben unseren ersten orden bekommen ich geh erstmal hier rein was haben wir hier mit wachsender folgen und bürgermeister entweder alles klar leute da wissen wir auf jeden fall bescheid also wir haben hier zuletzt unseren orden eingesackt und ja jetzt haben wir den feldsorten und unser team ist auch schon ganz schön gewachsen aber so viel ist es dann auch nicht gewachsen ich meine das einzige ist natürlich hier halt sie wie jürgen merkel marcel hallo marcel wie geht es dir so mehr reichweite viel wlan ja das immer gut drauf dann noch bertram hier aber bertram juckt kein so gemeint haben wir hier lang so ist ich bin froh dass ich dich erwische ich bin der assistent von professor ich wurde gebeten das hier dazu so ist hat die turbo treter von assistenten erhalten die die turbo treter an drücken den b knopf ja 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 gut ein spiel ist aber hallo so ist hier ist ein peter für den geliebten trainer denk dran ich drücke steckte deine mama jetzt können wir rennen nein und der erste kampf starrst du mich so an du hast keine chance aqua knarre los machen platt zack oh fast einschlag ach dein sandwirbel ist keine herausforderung für mich teckel komm schon schee wieso war mir das klar naja schicki du schaffst das ja oh und da ist das taubste des gegners besiegt und level 14 siggi siggi erreicht level 14 oh schon wieder taubsi meine güte wir setzen mal marcel ein komm schon marcel voll einfangen du schaffst es donnerschock das ist sehr effektiv ja das seh ich ach nicht schon wieder dieser blöde sandwirbel komm schon donnerschock jawoll nicht daneben oder es ist es das ist nicht effektiv ja das seh ich komm schon ja wir haben ihn besiegt worte besiegt Oh, fast Level 8, Marcel. So, ich gehe schnell nochmal zurück in die Poké-Klinik. Weil wir müssen meine Pokémon heilen. Schnell, 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 schnell. Los. Na, komm. So, Leute. Dann machen wir mal weiter. Wir gehen weiter den Weg entlang. Na, 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 na. Na, 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 na. So, Leute. Das wird jetzt hier ganz schön haarig. Und das werde ich jetzt einfach mal rauscutten hier den ganzen Weg. Wir sehen uns dann am Ende dieses Weges. Bis gleich. Leute, es passiert. Ich bin hier gerade durch die ganze Meute durch. Und es passiert. Sigi entwickelt sich. Oh. Es ist ein Schillok. Es ist ein Schillok. Es ist ein Schillok. Ich kann es nicht machen. Nein, Schillok. Ja, 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 ja. Ah, 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 ah. Oh, Mann. Ja, mein Schillok. Yay. Ja, Leute. Das wollte ich jetzt kurz mal reinschneiden. Oh, nein. Nicht schon wieder einer. Meine neuen Pokémon wollen kämpfen. Denn will das nicht meine Ansage ist. Bis gleich, Leute. Ja, Leute, ich bin hier gerade im Hohengras. Und ich habe hier ein Taubsi. So, es setzt Pokémon ein. Werden wir das Taubsi fangen. Wir haben es gefangen. Toll, Taubsi wurde gefangen. Für Taubsi wurde ein Alltag innen. So, Leute. Jetzt müssen wir uns einen dummen Namen dafür ausdenken. Oh, ich habe schon genau den richtigen. Ähm, Matthias nennen wir das. Es ist nämlich ein Weibchen. Und das passt. Oh, nein. Ich habe wieder einen Kampf. Oh, ein Nidoran. Ein Nidoran erscheint. Los, Sigi. Puh, das war knapp. Leute, wir versuchen es jetzt auch zu fangen. So, komm schon. Ja, wir haben Nidoran gefangen. Storkeleistung. Und wie wollen wir das jetzt nennen? Ich nenne es einfach Hamster. Ne, Henry. 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 Das ist ein geiler Name. Nidoran. Ich sehe noch den PC in Betrautung. Ne, 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 ne. Schnell hier hoch. Komm schon. Ich will Pokémon eilen. Okay, gut. Jetzt gehen wir auf jemandes PC. Ja. Pokémon bewegen. Bewegen. Team Pokémon. Tut mir leid, Bertram. Aber die Zeit musste kommen. Deine Zeit wird noch kommen, Bertram. Das spüre ich. Komm schon. Wir müssen weiter machen. Nein. So, perfekt. Komm schon. Komm schon. Ich sag glaube ich die ganze Zeit, komm schon. Oh nein, nicht dieser Müll. Und schon ein Kampf. Ein Zubat. Das kann nicht sein. Nicht dieses mächtige Pokémon. Aber ich will's auch fangen. Los, komm schon, Pokémon. Jawohl, wir haben Zubat gefangen. Meine Güte. Das wäre mal wieder richtig spannend. Oh, ich weiß, wie ich das nenne. Fresse. Nein, Leute, ihr seid nicht die Fresse. Ich nenne das hier Fresse. So, wunderschön. Kugelsaat. Cool. Oh nein. Los, Ziggy. Nein. Nicht Blutsaugen. Nicht diese mächtige Kraft. Komm schon. Zack. Und weg bist du. Oh nein, das schneide ich jetzt raus. Habe ich keinen Bock. Leute, wir haben ein neues Pokémon gefunden. Aber hoffentlich töte ich das jetzt nicht mit einem Schlag. Paras. Ja. Ich krieg' ich Paras. Komm. Komm schon. Komm schon. Ich will Paras. Nein. Das muss ja dann schon ein mächtiges Pokémon sein. Komm schon. Ich will dieses Paras. Komm schon. Nein. Oh, schon wieder. Ey, Leute. Ich will. Danke. Ja. Wie nennen wir das jetzt? Pilz. Nein. Pilz. Kopf. So. Pilzkopf wurde auf jemanden PC übertragen. Ja. Wir sind hier schon etwas weiter. Aber wir sehen uns am Ende. Okay, Leute. Wir sind jetzt hier soweit und haben ein neues Pokémon vielleicht. Komm schon. Ein Kleinstein. Und. Yeah. Toll. Ein Kleinstein wurde gefangen. Oh, Leute. Welchen bescheuerten Namen hätte ich mir jetzt für das Ding ausdenken. Oh, ich hab's. Ja. Dead left. Nein, ich bin Doppel F. Ihr kennt ja bescheinlich Dead left. Ja. Das war Dead left. Aber wir sind ja noch längst nicht am Ende. Alter, nö. Ist mir scheißegal. Mal jetzt ein Zeitraufferein. Okay. Oh, nein. Ein Paras. Kein Problem für mich. Für mich erfahrenen Poketrainer. Ja, Leute. Ich mach das jetzt ja alles ganz schnell, weil ich hab da echt keinen Bock, die ganze Zeit diese scheiß Zubatze zu bekämpfen. Oh, nein. Mein Siki ist auch schon ganz schön angeschlagen. Also da hält es nicht mehr lange aus. Ich flüchte jetzt einfach das Mülljahr. Ja, aber eh One-Hit. Oh, nein. Stopp. Hände weg. Wer zuerst kommt, moit zuerst. Die Fossilen gehören mir. Oh, nein. Was müssen wir um denen und diese blöden Fossilien da vor uns kämpfen? Bitte. Siki darf nicht sterben. Und außerdem, Leute, hab ich ja diese Attacke Biss bekommen. Oh, oh. Okay, gut. Nein. Ich bin wirklich... Beutel. Erstmal Gegengift geben. Möchtest du das Helix-Fossil? Nein. Ich bin zwar kein Linkshänder, aber ich will das Linke. Oh, nein. Ich will nicht kämpfen. Gegengift. Na, vielen Dank auch. Geht's hier raus? Bitte sagen wir, dass es hier rausgeht. Es geht zur Freiheit. Ja. Was haben wir hier? Ein Schlag von roher Gewalt. Mega-Heap. Alles klar. Mega-Heap. Merkel. Nun sind wir Freunde, was Sieber angeht. Alles klar. Was bist du? Ein Tritt von Potala. Mega-Kick. Merkel. Merkel ist hier so die ganz Harte. Was haben wir hier? Brüller. Alles klar. Brauche ich nicht. Zack, zack. Azurias City. Ja. Na komm. Ja, ja. Mach schneller. Ne, Leute. Erstmal gehe ich jetzt hier einkaufen, weil ich brauche unbedingt Tränke. Tränke, bitte. Ich brauche Tränke. Er hat Supertränk, bitte. Fünf. Und Pokébälle. Acht. Gut. Und ich glaube, wir müssen uns jetzt von einem neuen Pokémon verabschieden. Weil ich nämlich jetzt ein viel besseres Pokémon... Pokémon bewegen. Und zwar habe ich hier Detlef. Und wir tauschen es jetzt für Jürgen. Und ja, es tut mir wirklich leid für Jürgen, weil er war schon immer ein großer Teil des Teams. Und ja. Okay, ich nehme deinen Pokémon für einen Moment und meine Obhut. Ja, mach hin. Danke. Ist okay, Leute. Jetzt haben wir unser cooles Team zusammengestellt. Und wir treffen uns in der nächsten Folge hier in der Pokémon Arena. Aber, Leute, das war es schon wieder von der Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch mal bitte eine Bewertung, einen Kommentar. Da würde ich mich wirklich sehr freuen. Und bitte schaut auch das Video bis zum Ende. Also jedes Video. Weil ich stecke immer beim Schnitt immer sehr viel Arbeit in die Videos. Und das wäre halt voll cool von euch. Und ja, Leute, unser Purke, unser Team ist mal wieder stark angeschwollen. Siggi mit 21 hat sich heute in ein Schillock verwandelt. Dann haben wir Detlef. Hallo, Ola. Dann haben wir Merkel. Das Internet ist für uns alle Neuland. Dann haben wir Marcel. Hallo. Henry und Matthias. Ja, und das ist doch ein ganz nettes Team. Ja, Leute. Und damit wollte ich jetzt erstmal sichern. Ja, bitte spüren oder schreiben. Danke. Und ja, Leute. Das war es mit der Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und ja, sehen wir uns im nächsten Part. Bis dahin, Leute. Macht's gut. Tschüss. Musik Musik Bis zum nächsten Mal.